Rosalinde Haller ist noch erkrankt. Sie sendet Ihnen die besten Wünsche und auf diesem Weg die Tagesenergien. Tagesenergien Rosalinde Haller, Mittwoch, 10. Februar. Es gibt starke Intuition. In der Patenschaft steht heute eher die Vernunft im Vordergrund. Es ist wichtig hinauszugehen und Sauerstoff zu tanken. Es ist auch gut, kurz durchzuatmen und kurze Pausen einzulegen. Wenn Sie den Kopf frei bekommen, können Sie sich neu orientieren. Illusionen können heute leicht aufgegeben werden. Hüten Sie sich davor allzu scharfe Worte zu gebrauchen. Sie erkennen die Wahrheit. Die Wahrheit ist weder gut noch schlecht. Sie ist einfach.